krank lassen sie mich arzt ich bin durch durch die bitte durch die mitte so wollte ich Alles cool, André? Äh, geht. Sorry. Jetzt wird wir gekriegt. Unterstand. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yo. Ja, ja, ja. Oh nein! Alter, was machst du denn mit mir? Jetzt kriege ich eine Zeitstrafe. Alles klar, wahrscheinlich. Hä? Das ist doch unfair. Du verbremst dich, machst einen auf Straßensperre, und was... Alter. Ich muss bremsen. Nein. Oh Mann. Irgendwann später. Nein, ich hab nur Hilfe, Bitch. Scheiße. Das war so ein guter Move, Alter. Ach, wer kriegt das? Das war so ein geiler Switch, und ich krieg Wheel Spin. Verdammt. GG, teammate. Alter, ich hätte euch fast beide noch bekommen. Eine Runde mehr. Scheiße, ey. War das knapp, ey. Sag mal, wo ist eigentlich Mike? Ja, Mike ist heute. Hey, erstes Renn am heutigen Tag. Chill mal, deine Baseball. Ey, starke Leistung. Ja, du hast mir schon einen Frontflügel gekostet. Und du hast mir eine Zwei-Sekunden-Strafe. Mike, du hast mir auch einen Frontflügel gekostet. Alter. Ich hab's auf Band, Freunde. Ich hab's auf Band. Das ist sowas von lächerlich, dass es schon fast wieder genial ist. Guck mal, dieser komische Turm, der hat so eine Delle da oben. Der hat so eine Delle. Was? Was? Ich hab dein Kraft im Daumen. Oh, oh Gott. Panik. Wow. Da rutscht wer weg. Tschüss, Mike. Mir wurde drauf gefahren. Ja, sorry, das war ich. Ich hab's einfach nicht den Bremspunkt im Kopf. Geschwind. Der ist jetzt interessant. Gelb? Wieso ist der Gelb? Was ist das? Was soll das? Ich steh hier vielleicht. Oh, verpiss dich doch mit deiner Eierpfeile. Mann, ey. Jetzt hab ich Flügel ab, danke. Anreger, jetzt weiß ich, wie sich das anfühlt. Null, lol! Ja, Huns, sie mal. Wird nicht gegostet. Lol, ey, wie viele hier in Baku raus? Ich hab's nicht gewollt. Das war ja nix dann. Ein nice, Mike. Vierter. das ist schon langweilig ja der fruchtet nur einmal echt wird kurze anfängt zu lachen das wird sich angefangen wie so ein turbolader der anfängt mit nur mit ihren namen gibt es überhaupt ja fragte musste montana black fragen damit zu tun da monto monta carlo monta carlo monta carlo monta carlo ja siehst du monta es tut einfach nur weh anfängt zu reden in reaktion vermeiden und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen frage die da lautet was könnte in folgender situation passieren a stau in der casinokurve b massen karambolage in der casinokurve oder c interessiert mich nicht setzt das video vor du handelmann was ist das denn hier freunde ich bin jetzt nicht ruhig ich muss verpisst euch ich kann einfach kein stadt keiner kam durch danke Achtung, da vorne ist gleich mein... Ne, das bin ich nicht. Leuchtet Sinister noch mein Mitkrieg. Wie windet man hier? Rückwärtsgang, Gas langsam kommen lassen und dann weiter. Ja am Arsch, Alter, hier. Ich mach ja in der Fahrschule. So, da wurde ich irgendwo... No, Jakob hat mich abgeschossen, ey. Ich bin da mein nächstes Lago. Das stimmt, ey. Von 8 Fahrern sind nur noch 3 über. Ja, Monaco eben. Bunzel, sei vorsichtig. Keine Warnung. So geil das Anti-Ghosting, ey. Schon wieder. Und du durfst den lieber. Ja, neben am Limit. Boah, neu! Geh meine Karre da, sagst du den Geist. Gütiger Gott, ey. Nee, nee, nee. Ey, warum mach ich nur für die Zeitstrafen? Ich hab... Ey, ich hab... Boah, Alter! Rund 23! Hunzel ist der cleaneste Driver hier. Nice. Der Cookies ist mal wieder Rennsieger. Was ist das denn? In Runde 3 von 17! Was ist das denn? Was ist das denn? Was war das denn, Alter? Loll, hier wird einer immer zurückgesetzt. Kimi Räikkönen! Loll! Er wird immer zurückgesetzt! Loll! Er steht mal Boxenstopp, da ist er... Er flippt auf... Alter, der arme Kimi. Oh, jetzt war das. Oh, er ist in einem Glitch gefangen, die arme Sau. Genau. Was kommt davon, wenn man so schnell steht? Nimmst du auf? Ich nehme sowas von auf. Nein! Nicht mal eine Runde gefahren! Also ich bin gerade über Zilli hier. Dann fährt Hamilton die schnellste Runde. Und ich denk mir so... Hä? Wie geht das denn? Und dann... Das mit Rennsieger hab ich gar nicht mitbekommen. Hier folgen jetzt nicht unter 17 Minuten 42. Was ist denn jetzt? 7 Minuten 42! 14! Liebe Leute, habt ihr sowas schon mal gesehen? Schreibt's mal in die Kommentare. Alle Kai! Leute, was macht die... Guckt mal, was die Kai da macht! Geht mal auf Alex! Geht mal auf Alex! Was macht die Kai da? Alter! Oh, da stehen die alle! Oh, die fahren alle rein! Geil! Was ist das denn? Was ist das denn, Alter? Ist der Markt ausgelöst, wo Mark nachgejoint ist während du das Ladebild schirmst? Das könnte sein. Das könnte möglich sein, ja. Was ist das? Ich hab jetzt gar nicht ein Screenshot von dem Film gemacht, weil ich da so eine Kamera... Stehen die alle da? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Boliden stehen da! Und hier ne Menge Schrott! Was? Max, was da befährt? What the fuck, Alter! Ich bin Leckler! Der Williams schleppt sich mit letzter Kraft übers Ziel! Nee, Entschuldigung, das ist ja ein sauberer Hubs! Achtung! Und Ericsson! Wer glaubt was denn? Oh! Bin nicht reingefahren! Ahhhh! Ericsson in die Punkten! Das gibt's doch gar nicht! Ja hier, nur... 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 ricken und ich flippen rum! Und Hunzel! Und Micky! Und Mike! Die ersten 5! Da kommt wieder einer! Und Rambo! Oh! Jawoll, Alter! Oh, ich liege jetzt auf dem Dach! Ich liege auf dem Dach! Und da kommt ein Hubsidia! Ka-bum! Falter Falter! Das ist mit Abstart das wohl lächerlichste... Oh! Da kannst du ja McLaren retten! Was ich jemal neben gesehen habe! Oh, der McLaren ist auf einmal voll stabil! Der hat nicht mal einen Flügelschaden! Oh!